Ich habe mir so ein Video aufgespart als Reaction, und zwar die schockierenden Anklagen gegen P. Diddy. Ich weiß nicht, wer von euch das alles mitbekommen hat, aber P. Diddy wurde ja komplett auseinandergenommen. Der steckt in so einem richtigen Sex- und Misshandlungs-, Vergewaltigungs-, Erpressungs-, was weiß ich was-Clan. Oder hat da so ein paar Sachen durchgezogen. Und es gibt da gerade richtig, richtig Probleme in seiner Ecke. Ich kenne diese Sachen nicht zu 100%, was da genau passiert ist. Deswegen würde ich gerne jetzt mal dieses Video gemeinsam mit euch anschauen. Aber die Anschuldigungen gegen P. Diddy sind ehrlich krass. Bin mal gespannt. Menschenhandel und Transport über Staatsgrenzen zu illegalen Zwecken. Gestern gab der Staatsanwalt im Fall von Diddy eine Pressekonferenz, in der er erstmals alle Anklagen gegen Diddy bekannt gab. In der 14-seitigen Anklageschrift, die ich für euch durchgelesen und zusammengefasst habe, wird sehr schnell klar, dass es für Diddy kein Zurück mehr gibt. Er wird höchstwahrscheinlich für eine lange Zeit hinter Gittern sitzen und Millionen von Dollar verlieren. Diese Anklage ist so krass, dass ich sie sogar nur zensiert vorlesen kann, weil ich sonst gegen die YouTube-Richtlinie verstoße. Es beginnt mit dem ersten Anklagepunkt, in dem Diddy Erpressung vorgeworfen wird, da er über Jahrzehnte hinweg Frauen und andere in seiner Umgebung auch bedroht und zu verschiedenen Taten gezwungen haben soll, um seine Bedürfnisse zu befriedigen, seinen Ruf zu schützen oder sein Verhalten zu vertuschen. Also angeblich hat er ja riesige Partys geschmissen für Hollywood, alle Musiker und was weiß ich was. Also da waren Stars und Sternchen waren immer dabei. Und bei diesen Partys sind dann gewisse Dinge vorgefallen, ja, und die nicht immer ganz sauber abliefen. Hat auf jeden Fall viel mit Sex zu tun und mit anderen Dingen. Und er hat wohl in jedem Zimmer dann auch versteckte Kameras installiert gehabt und hat im Nachhinein quasi die Leute mit diesen versteckten Aufnahmen erpresst und hat gesagt, ey, wenn du nicht das machst, was ich dir sage, werden diese Aufnahmen von dir öffentlich gemacht werden. Und da waren wohl halt dann sehr, sehr krasse Aufnahmen dabei. Deswegen hat sich quasi jeder versucht, mit ihm gutzustellen. Und deswegen ist er auch so machtvoll geworden, ja. Dabei nutzte er seine Mitarbeiter, Ressourcen und den Einfluss seines Musikimperiums, um ein kriminelles Unternehmen zu schaffen. Die Mitglieder und die Verbündeten dieses Unternehmens sollen unter anderem Verbrechen wie Menschenhandel, Zwangsarbeit, Entführung, Brandstiftung, Raub und Behinderung der Justiz begangen haben. Weiter heißt es in der Anklageschrift, dass Didi Frauen emotional und körperlich braucht und sie gezwungen haben soll, an geplanten, ich sag mal, Essaktivitäten mit männlichen Essarbeitern teilzunehmen. Dafür sollen Didi und seine Mitarbeiter Flüge und Hotels organisiert haben, um die Frauen und die Essarbeiter zu ihm zu bringen. Didi sorgte dafür, dass die Frauen mitmachten, indem er ihnen illegale Substanzen gab, ihre Karrieren kontrollierte, ihnen finanzielle Unterstützung versprach und ihnen drohte, diese zu entziehen, wenn sie mal nicht gehorchten. Außerdem soll er Einschüchterung und Gewalt eingesetzt haben, um die Frauen an sich zu binden. Warte mal, warte mal, was, 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 was? In der Anklageschrift wird behauptet, dass P. Didi zwischen mindestens 2008 und heute Opfer bedroht und gezwungen hat. Achso, ich dachte, er hat 2008 Leute bedroht. Laut der Anklage soll Didi immer wieder Frauen geschlagen haben und dies soll sehr vielen bekannt gewesen sein. Seit mindestens... Es gibt, glaube ich, sogar ein Video, da sieht man, wie eine Frau aus dem Zimmer irgendwie rausrennt oder versucht, aus der Wohnung von ihm rauszurennen und der rennt da mit so einem Bademantel aus dem Zimmer oder aus dem Badezimmer raus, rennt ihr hinterher und haut ihr voll eine gegen den Schädel und die kippt da um. Gibt ein Video davon. War vor einer Weile auch online, dieses Video. Ging überall durch Instagram, durch TikTok, durch Twitter, durch überall. Richtig krank. Seitens 2009 soll er mehrere Frauen angegriffen haben, indem er sie schlug, mit der Faust traf, sie zerrte, Gegenstände nach ihnen warf und sie trat. Einige dieser Übergriffe wurden von anderen beobachtet. Und ein Vorfall in einem Hotel in Los Angeles im März 2016 wurde sogar auf Video aufgenommen und später sogar öffentlich bekannt. Damit meinen sie sicher das gelegte Video von Didi und Cassie, wo Didi auf sie einschlug. Es heißt weiter, die Gewalt von Didi soll sich nicht nur auf Frauen beschränkt haben. Auch Mitarbeiter, Zeugen und andere sollen Opfer von ihm geworden sein. Er soll sein Geschäft und bestimmte Mitarbeiter genutzt haben, um seine Taten auszuführen, zu ermöglichen und zu verbergen. Diese Mitarbeiter, wie beispielsweise Sicherheitskräfte, Haushaltsangestellte, persönliche Assistenten, hochrangige Vorgesetzte und andere enge Vertraute, sollen alle als Vermittler für Didi fungiert haben. Besonders profitierte dabei, wer Loyalität gegenüber Didi zeigte und bereit war, seine Verbrechen zu verbergen. Dann wird noch auf die sogenannten Freak-Offs eingegangen, die genauso beschrieben wurden, wie ich bereits in Part 2 von Didis Geheimnissen berichtet habe. In der Anklangeschrift heißt es außerdem, dass diese Sessions teilweise so heftig waren, dass Didi und seine Opfer nach diesen Freak-Offs eine Infusion erhielten, um sich von der körperlichen Anstrengung und dem Drogenkonsum zu erholen. Ha, unglaublich. Was haben die denn da gemacht, Mann? Haben die da Gangbang mit einem Elefanten gemacht, oder was? Ich würde echt gerne wissen, was dieses Freak-Off wirklich, wirklich bedeutet. Was haben die denn da alles für kranke Scheiße gemacht? Was muss denn da alles für kranke Scheiße passiert sein, dass sie danach noch Infusionen gebraucht haben, um wieder klarzukommen? Schau mal, und es gab Bilder und Videos dieser Veranstaltungen mit mehreren Opfern. Der hat einfach Politiker und alle möglichen Leute in der Tasche gehabt, weil die bei solchen Orgien mitgemacht haben und dabei gefilmt wurden. Als Beweis für diese Vorwürfe wurden Gegenstände genannt, die bei der Durchsuchung von Didis Willen gefunden wurden. Denn dort wurden viele, sagen wir mal, Spielzeuge und über 1000 Flaschen Babyöl entdeckt. Außerdem wurden bei der Durchsuchung Tapes beschlagnahmt, die einige der Freak-Offs zeigen und somit die Vorwürfe bestätigen. Didi soll außerdem verschiedene Methoden genutzt haben, um seine Opfer zum Schweigen zu bringen. Er soll beispielsweise die Videoaufnahmen von den Freak-Offs mit den Opfern zusammen geschaut haben, um zu demonstrieren, was für eine Macht er hatte. Außerdem sollen Didi und seine Sicherheitsleute immer bewaffnet gewesen sein und sogar die Waffen gezeigt haben, um andere einzuschüchtern oder zu bedrohen. Bei der Durchsuchung der Willen von Didi fand die Polizei sogar mehrere Schusswaffen und Munition. Darunter sogar drei AR-15-Gewehre ohne Seriennummern und Trommelmagazine, in denen über 60 Schuss einpasste. Es gab doch voll lange immer das Gerücht, dass P. Didi selbst daran beteiligt war, dass Notorious B.I.G. erschossen wurde. Ich glaube echt, nach dieser ganzen Scheiße, die jetzt über ihn rausgekommen ist, ist es sogar echt sehr, sehr wahrscheinlich, dass er irgendwas damit zu tun hatte. Es gab damals diese Verschwörung, sage ich mal. Es gab die Theorie, dass er Notorious B.I.G. extra umgebracht hat, damit er für immer die Rechte an seiner Musik behalten kann, die Lizenzen und daran für immer Geld verdienen kann. Weil die irgendwie danach direkt an ihn übergegangen sind. Im letzten Abschnitt der Anklageschrift steht, dass jegliches Geld, das Didi durch seine Verbrechen verdient hat, entzogen wird. Das heißt, Didi muss als Folge der begangenen Straftaten jegliches Eigentum, das in die Verbrechen verwickelt war, an den Staat abtreten. Dazu zählen sowohl bewegliches als auch unbewegliches Eigentum, sowie alle Vermögenswerte, die direkt oder indirekt aus den Verbrechen erzielt wurden. Damit wird Didi höchstwahrscheinlich einen großen Teil seines Vermögens verlieren. Denn da bei den Durchsuchungen seiner Häuser in Miami, Florida und Los Angeles viele belastende Gegenstände gefunden wurden, könnte es im schlimmsten Fall dazu kommen, dass die Behörden all diese Häuser beschlagnahmen. Alternativ könnten sie auch den Geldwert dieses Eigentums fordern. Das Einzige, was eine Beschlagnahmung verhindern könnte, wäre, wenn Didi seine Vermögenswerte verkauft, sie verschenkt oder sie wertlos sind. Alles andere ist für die Bundesregierung freigegeben und kann jederzeit beschlagnahmt werden. Am Ende wurden dann noch einmal alle Anklagepunkte aufgelistet, darunter Entführung, Raub, Beeinflussung von Zeugen, Zwangsarbeit und Menschenhandel. Und das in mehreren Fällen, sodass Didi eine jahrzehntelange Haftstrafe bevorstehen könnte. Jetzt denken viele vielleicht, ach, Didi ist ein Multimillionär, der kann doch einfach seine Kaution zahlen und dann aus Amerika fliehen. Doch genau das dachte sich auch das Gericht, weswegen Didi die Kaution verweigert wurde. Somit muss Didi wegen Fluchtgefahr bis zu seiner Verhandlung in Haft bleiben. Ich werde natürlich weiterhin für euch dranbleiben und euch sofort updaten, wenn es neue News gibt. So ein kranker Typ, der Kollege, ne? Ich sag euch ernst ehrlich, was ein kranker Typ, Mann. Ich bin mal gespannt, wann die ersten Videos von diesen Freak-Offs im Internet geleakt werden. Glaubt mir, die werden geleakt. Irgendjemand wird irgendwann an diese Videos rankommen. Jetzt, wo die Leute wissen, dass diese existieren, werden die irgendwie an die rankommen. Weil, ich glaube spätestens, wenn diese Videos irgendwie zur Sicherung digitalisiert werden, ne? Wahrscheinlich sind die aktuell irgendwie auf Kassetten oder auf CDs, kann ich mir gut vorstellen. Sobald vielleicht die Polizei, die Staatsanwaltschaft, das Gericht oder so sagt, ey, pass auf, wir brauchen das irgendwie online, damit wir das gesichert haben, damit die Kassette oder so nicht kaputt geht. Sobald das irgendwie online kommt, wird irgendein Hacker seine Finger dranbekommen, seine Hände dranbekommen und wird es dann leaken. Und dann, glaube ich, werden wir eine ganze Menge kranke Scheiße im Internet dazu sehen. Das ist ehrlich krass. Bin mal gespannt.